So, erstmal guten Tag und da wird Schumler ja alle an nichts anderes denken als ans Essen, geht es also von den Nudeln übers Mittagessen gleich bis zu meinem Backshop. Das Backend hat sich so angeboten, einerseits vom Backen aufs Backend und zum anderen eben deshalb, weil man beim Backen aus einer vorgegebenen Anzahl von Zutaten etwas zusammenmischt, was ganz unterschiedlich sein kann, sei es für Diabetiker oder für Veganer oder für Liebhaber von Sahnetorten, kann jeder noch seinen Geschmack haben. Wenn sich jemand Schumler runterlädt und installiert, sieht er erst einmal unser Atom, das Backend. Das schaut auf den ersten Blick immer ziemlich starr und festgefügt und angenagelt aus, ist es aber nicht. Und das möchte ich jetzt ein bisschen zeigen, wie man mit ein bisschen Kreativität und ganz kleinen Eingriffen ins vorhandene System das Backend nach eigenen Wünschen anordnen kann. Man kann natürlich auch, wenn einem das Atom nicht gefällt, eine Third-Party-Extension einsetzen oder eigene Module zukaufen. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Das Schumler-Backend ist ein Werkzeugkasten. Es sind alle Werkzeuge da. Es ist sauber aufgeräumt. Es ist nach einem gewissen Erfahrungswert angeordnet. Und das ich von einem Werkzeugkasten erwarte, ist einfach, dass alles sauber ist und funktioniert. Ich brauche keine Punktenpunkte und keine Quasten dran. Ich erwarte aber, dass ich einen Werkzeugkasten umsortieren kann, sodass meine Sachen vorne liegen. Ich brauche bloß den Hammer und weiß nicht mal, was das andere Zeug da ist. So, und nun ist es so, dass wir im Backend, wenn wir das einem Kunden geben, ganz verschiedene Benutzer haben. Als erstes laden wir Schumler runter und entwickeln. Also wir sind Entwickler im Backend. Wir haben vollkommen andere Anforderungen und Wünsche als später ein Benutzer, der den Content pflegt im Backend. Wir haben später dann wieder einen Administrator und der entspricht eigentlich dem, was im Backend vorinstalliert ist. Der fährt damit am besten, aber Entwickler nicht. Und unabhängig davon ist jedes, für jeden Benutzer das Ziel, dass er schnell und effizient arbeitet. So, wenn ich jetzt Entwickler bin, dann arbeite ich am schnellsten mit einem Backend, das mir die immer benötigten Funktionen gleich direkt präsentiert. Und wenn ihr hier schaut, wenn ich jetzt euch die Aufgabe gebe, findet den Backend, also findet den Käfer. Handtuch, wer den Käfer sieht. Aber ich habe schon gesehen, also es gibt mir eine kleine Zeitverzögerung. Wenn ich jetzt dieses Bild ändere und entweder die Elemente reduziere oder ein Element heraushebe, dann braucht ihr nicht weiter nachzudenken, dann ist das sofort da. Und das gilt eben auch im Backend, wenn wir es benutzerspezifisch aufbauen. Elemente reduzieren, Elemente nach vorne holen, Elemente markieren. Dann ist man am schnellsten. Am allerschnellsten ist man, wenn man die Shortcut-Keys verwendet. Das hat jetzt eigentlich nichts mit Zoomler direkt zu tun. Es gibt Power-User, Power-User nennen wir die, die zum Beispiel auch in Photoshop oder in der Programmierumgebung nur mit Shortcuts arbeiten. Die sparen sich die Zeit, etwas erst zu finden. Man muss ja immer erst was sehen und es dann anzusteuern. Mit diesen Shortcuts habe ich anfangs ein bisschen gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Aber inzwischen habe ich mir das verinnerlicht. J, D, zack, bin ich im Dashboard. J, S, fertig, ich habe gespeichert. Also das ist das Allerschnellste. Es hat jetzt eigentlich nichts mit Backend, ein Becken zu tun. Ich wollte nur sagen, finden und greifen sind die zwei Zeiten, die anfallen. Mit Shortcuts kann man diese Zeiten noch reduzieren. So, als Entwickler werde ich in meinem Dashboard jetzt erst einmal alle Elemente deaktivieren, die ich nicht brauche. Wir haben ja bei jedem Modul einen Bearbeitungsbutton, mit dem man entweder editieren oder ausschalten kann. Dann werde ich die Quick-Icons, die ich habe, erst einmal deaktivieren. Während meiner Entwicklung brauche ich diese Quick-Icon-Module nicht, sondern ich brauche meine eigenen. Und da kann man sich ja auch zunutze machen, dass man ein Modul kopieren kann oder neu aufbauen kann. So, ich kann eigene Buttons definieren, Linklisten und Modulpositionen kreativ verwenden. Also, jetzt schauen wir erst einmal die Template-Positionen auf unserem Backend an. Man muss sich immer klar machen, das Atom ist einfach ein Template. Template ist Template, das Template. Genauso wie Casio Paya oder irgendein eigenes Template. Es hat Modulpositionen und die kann ich für mich verwenden. Ganz oben, aber ich weiß nicht, ob das Ding jetzt funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Also, ganz oben seht ihr ein Custom Top. Also, ich weiß nicht, ob es ist, 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 ob es ist. Also, Modulpositionen anzuzeigen und die für sich selber einzusetzen, ist eine gute Idee. Ihr seht ja auch, eine Modulposition Top, die geht über die ganze Breite. Und wir hatten schon öfter Anfragen, was kann ich im Backend machen, um ein Modul über die ganze Breite anzuzeigen. Ich will nicht immer die Zweiteilung haben. So, dann kann man sich also Module auf diese Position setzen. Dann seht ihr da oben in der Statusleiste, lauter Einzahl der Module. Auch die kann man für sich verwenden. Und schließlich haben wir das Menümodul natürlich auf der Menüposition. Das ist jetzt insofern wichtig, als alle diese Module auf der Zugriffsebene Special sichtbar sind. Also, wer Backend-Zugang hat, Administrator, Superuser, Manager, sehen die Elemente auf dem Label Special. Und das ist nachher wichtig, wenn man neue Benutzter zunimmt. Jetzt erstmal könnte ein Modul, wenn ich es mir für mich eingerichtet habe, so ausschauen. Ich benutze das Custom Top, um meine Entwicklungsinstallation zu kennzeichnen. Damit ich nicht aus Versehen auf der produktiven Anwendung irgendwelche Experimente mache. Auf der schalte ich das dann natürlich wieder aus. Auf dem, bei den Quick-Icons, habe ich mir die Quick-Icons eingeschaltet, die ich bei der Entwicklung ständig brauche. Gameplay, Banner zum Beispiel, Baggins. Und dann habe ich mir, weil das für mich immer ganz schnell zu finden sein muss, die Konfiguration gebastelt, nur mit dem Quick-Icon-Kunkwirk reichen. Und das mit einer CSS-Klasse, Border, Border-Rate, ein bisschen hervorgehoben. Das finde ich ja so schnell, brauche ich nicht lange suchen. Dann gibt es ja noch im Normalfall das System-Panel. Und dort finde ich, was ich auch oft brauche, verwalten und installieren von Erweiterungen. Dazu habe ich mir jetzt eigene Buttons gemacht. Einfach auf einem Custom-Modul, links zu den entsprechenden Funktionen eingebaut. Button, fertig. So spare ich mir den Umweg über System, verwalten, installieren. Also alles nur, um einfach schnell zu sein. Ja, das sind jetzt Denkanstöße. Also es macht sich jetzt jeder selber, so wie er es möchte. Und da gibt es noch eine, wenn wir dann für den Kunden die Seite installieren, gibt es noch eine Position namens Sideboard. Da findet man als Entwickler ganz praktische Hilfe, links. Aber für einen Kunden ist vielleicht was anderes viel interessanter. Vor allem, wenn wir viele Kunden haben, die nicht besonders erfahren sind, kann es durchaus sein, dass die den Webmaster anrufen wollen, wenn sie ihr Passwort vergessen haben. Ja, jetzt habe ich also für mich selber als Administrator ein paar Quick-Icons, schnelle Zugriffe gemacht. Und für mich als Administrator ist es jetzt ziemlich egal, wie das Backend sonst optisch gestaltet ist. Wenn man es aber an Kunden übergibt, dann wird man zuerst mal auch Corporate Identity ein bisschen anpassen und eigene CSS verwenden. Und das können wir bei Atom genauso wie bei jedem anderen Template. Wir haben Positionen, wir können die Klassen nachschauen und dann eben so gestalten, wie es zum Kunden Corporate Identity passt. Da zeige ich jetzt ein paar einzelne Sachen, die eure Fantasie ein bisschen anregen können. Und unter anderem dieses kleine Override von Mod-Submenü. Ich ärgere mich nämlich immer, wenn ich in dem System-Panel bin und dort nach links suchen muss, optisch suchen muss. Jetzt habe ich da ein kleines Override gemacht, das jedem Element an die Klasse hinzufügt. Und jedes Element, das eine Klasse hat, kann ich natürlich anpacken, markieren. Und wenn ich ein bisschen JavaScript-Skills hätte, könnte ich es auch animieren. Also alles Maßnahmen, um schneller zu sein. Eine kleine Sache habe ich gemacht, die finde ich immer irgendwie nett, um Benutzer persönlicher anzusprechen. Und das kennen wir auch aus vielen Verfahren, dass der Benutzer ein Avatar hat, das ihm dann gezeigt wird. Dazu habe ich als erstes Mal ein Custom-Field verwendet, um für jeden User ein Insta-Bedia-Field, ein Avatar hochzuladen. So, und ich weiß nicht, wer vorher den Vortrag von Johannes gesehen hat zu den Custom-Fields. Normalerweise sind diese Custom-Fields ein eigener Tab. Aber für die Redakteure in meinen Seiten ist es schon zu umständlich, jedes Mal auf ein eigenes Tab zu gehen. Die wollen das lieber direkt auf diesem User-Panel haben. Das war ein kleines Override von Com-Users, vom Profil. Und dann habe ich dieses Modul, ganz rechts oben, User-Menü überschrieben und dieses Feld dort angezeigt. Das macht bei den Kunden immer nicht mehr den Eindruck, wenn sie ihren Avatar sehen. Wir sind ein bisschen Zeit, ein bisschen knapp dran. Also da wollen wir lieber keinen Code anschauen. Aber wenn ihr wollt, können wir nachher noch, wenn es noch Zeit bleibt. Die üblichen Sachen, wenn man die Logos einsetzt, von den Kunden, das glaube ich, ist bekannt. Da werde ich jetzt mich nicht damit aufhalten. So, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das sind die benutzerspezifischen Menüs. Und da habe ich also gleich zwei Warnungen. Und da habe ich also gleich zwei Warnungen. Also wenn es um Menüs geht und um Benutzergruppen, dann empfiehlt es sich vorher Backup zu machen, zumindest von der Datenbank. Weil ich wahrscheinlich nicht nur ich weiß aus Erfahrung, wie schwer man sich tut, wenn man erstmal falsche Zugriffsrechte gesetzt hat, um da dann wieder rauszukommen. Und das Zweite ist, wenn man an Menüs was macht, dann ist es ganz leicht, irgendwelche Menüpunkte auszublenden. Oder ein Menü zu machen, nur für spezielle Benutzergruppe. Aber man muss sich schon immer klar machen, nur weil ein Link nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass er nicht funktioniert. Also es kann jeder hergehen und sagen, Index.php, Auton.com, Users, View, Gleichlogin zum Beispiel. Auch wenn das nicht auf dem Menü steht. Und deshalb muss man dann wirklich jedes Mal, wenn man was macht, auch nachprüfen, dass wirklich nur berechtigte Benutzer etwas sehen können. Ja, also um Menüs zu ändern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die für mich einfachste ist, ein P-Set zu verwenden oder zu überschreiben. Die P-Sets, die verstecken sich im Backend. Und da kommen Menüs, P-Sets. Und die sind bei den Overrides nicht direkt zugänglich. Also da muss man auf der altmodischen Art arbeiten und sich, um ein Overrides zu machen, die entsprechende Verzeichnis und das entsprechende Preset direkt in das Template-Kopieren, das Template-Art-Hung kopieren. Die Preset selber sind XML-Files und das kann man leicht lesen und interpretieren. Für jeden einzelnen Menü-Item sind da die Definitionen festgelegt. Wo geht das hin, das Link, was für ein Typ ist das, ob man ein Pluszeichen dahinter hat für Quick-Task, also schnelles Edit, ob es ein Dashboard dazu gibt. Und jetzt kann man ganz kurz nur diese, zum Beispiel den Punkt Medien aus dem Content heraus lösen. Irgendwie stört mich das immer, dass Medien im Content drin ist. Denn die Medien brauche ich ja überall. Also auch in eigenen Komponenten. Also gehe ich einfach her, mache mir da ein Verzeichnis, Commenüs, Presets und überschreibe, ändere Default-XML, ziehe nur diesen einen Menüpunkt runter. Das kann man natürlich ausarbeiten und alles ganz kompliziert machen. Die zweite Methode ist dann, dass man ein richtiges eigenes Administrator-Menü anlegt. Das geht über das Backend. Also wir haben hier Menüs, verwalten, neues Menü. Neue sagt man eben immer für das Backend, für den Administrator und nicht für das Frontend. Und da kann man ganz normal, wie üblich, arbeiten. Um dieses Menü dann anzuzeigen, muss man natürlich ein Menü-Modul machen. Verbekennt. So, und jetzt kommt zwar dieses Menü-Modul, wenn ich das für eine bestimmte Benutzergruppe mache. Wo ist das dann sichtbar? Welche Sichtbarkeits-Ebene gebe ich dem? Und da wird es jetzt ein bisschen knifflig eben auch, weil ich vorher gesagt habe, mit den Benutzerrechten. Wenn ich das einfach auf Ebene-Special setze, dann sieht es auch der Super-User immer. Wenn ich das nicht möchte, kann ich zum Beispiel, muss ich eigene Benutzer, eigene Ebenen aufbauen und sorgfältig schauen, welche Benutzergruppe, welche Ebene sehen kann. und muss die ganzen Module vom Backend unter Umständen neu überdenken. Welcher Benutzer darf welche Module sehen? Das kann ganz schön knifflig werden und eben auch deshalb sage ich also unbedingt Backup vorher. Ja, also das wäre jetzt schon ein kleines, ganz einfaches Menü für meine Content-Pfieger. Was ich jetzt eigentlich online, also direkt zeigen wollte auf einer Installation, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben, das wäre, wie man Tabellenspalten reduziert. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, man kann jetzt Tabellenspalten einfach markieren und ausklicken. ausblenden. Da seht ihr schon diese breiten Tabellen. sind auf meinem Laptop jetzt schwer ganz zu sehen. Und das ist eine meiner Lieblingsfunktionen in der Version 4, dass ich hier Tabellenspalten ausblenden kann. Das ist überaus nützlich, aber leider nicht permanent, sondern temporär und gilt jetzt theoretisch nur für mich. Wenn man das dauerhaft machen will, dann muss man ein Override machen. Das ist ja nicht schwer. Einfach sich diese Tabelle nehmen und bestimmte Elemente ausblenden oder streichen. Und das ist ein Punkt auch für Accessibility. Also ich habe in einem Bereich einen blinden Benutzer im Backend. Und für Blinde ist das nicht so wie für uns, wir beachten halt was nicht, was wir nicht sehen wollen, sondern die Blinden, die kriegen das wirklich alles vorgelesen. Und das ist natürlich lästig, wenn man ständig irgendwas hört, was einen überhaupt nicht interessiert. Und das ist natürlich auch für uns, wir haben das nicht geregelt. Vielen Dank. Also hier bin ich jetzt nochmal in meinem Backend und das waren eigentlich die wesentlichen Dinge, die ich jetzt zeigen wollte. Jetzt weiß ich nicht, wir könnten jetzt Schluss machen und sagen, dann holen wir ein bisschen Zeit auf, weil Viviana auch noch möchte. Oder wollt ihr vielleicht noch den Kutz an Override sehen? So, ich habe hier, und das ist auch etwas sehr Nützliches, man kann ja beim Atom, das ist ein ganz normales Template, Child Templates anlegen. Also ich kann für jeden Benutzer, zum Beispiel auch für meinen Blinden, ein extra Child Template anlegen und es diesem einen Benutzer zuweisen. Dann kann ich für den ein Override einsetzen, der für den die Tabellenspalten auf fast gar nichts reduziert. Aber alle anderen haben die ganz normalen Tabellenspalten. So, und... ... ... ... Hier seht ihr das kleine Override, mit dem ich dieses User-Feld in das Profil eingebaut habe. Das ist der Ergänzt, dazu braucht man dann noch... Also hier generiere ich das User-Feld. Aber ich muss es danach aus dem Tab herausschneiden. Das sind also zwei Schritte, einfach vorne generieren und dafür hinten rausschneiden. Das hier ist dieses kleine Override für das Menü. Okay. 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 outro. Dasem Punkt habe ich vom Tab... Eine Nummer zugeordnet und mit diesen Nummern kann ich in User-TSSH beliebige Markierungen machen. Also Cardnummer vergeben, dann weiter unten habe ich eine Alternnummer vergeben. und das ergibt dann diese Markierungen in dem System-Panel. Das sind wirklich ganz kleine Eingriffe, mit denen man schon ganz schön viel verbessern kann. Also ich würde jetzt, wenn ihr Fragen habt, dann würde ich den Benjamin bitten, mir da zu helfen. Und willst du mal ein Headset haben? Danke. 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 Man könnte auch einige dieser Sachen einfach als PR einreichen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.